Ja Mensch, meine lieben Freunde, das war ja eigentlich doch sehr einfach. Wie kommen wir hier hin, meine lieben Freunde? Es ist easy. Ich bin gerade dran vorbei und während ich vorbei bin, wurde es aufgeschossen. Äh, interessant. Ich hab mir schon gedacht, ich war hier. Es ging nicht, ich war hier, es ging nicht. Es muss also von oben sein. Und, ähm, ja. Hier musste ich einfach nur eine Stopfattacke machen, beziehungsweise die Spinne hier drüben hat es hier einfach aufgeschossen. Und, äh, damit sollte dann auch das letzte Rätsel geklärt sein. Wobei hier ja eigentlich nicht mal wirklich was ist, was mich interessiert. Oh, doch. Mondgrotte 100%, alles klar. Ne, Moment, Mondgrotte hatten wir doch 100%. Ne, doch. Das war das, was wir als letztes dann gefunden haben. Aber dann zählt das einfach nicht. Dann ist das einfach nur da. Das heißt eigentlich total für die Katz. Wenn ich mir das jetzt mal so angucke, oder? Naja, es ist aufgedeckt jetzt. Das muss reichen. Jetzt fehlt mir immer noch das hier. Das ist aber Hohlhain. Ne, Moment, aber dann hab ich ja doch... Ne, dann hat mir doch schon das gefehlt. Weil ich hab jetzt alles. Mondgrotte 100%, Dornensumpf 100%, Waldsenke 100%, Tal des Windes 100%, Trauerpass 100%. Ich hab alles 100%, bis auf Hohlhain. Warum? Ja, dann muss ich nur noch rausfinden, wie ich da reinkomme. Dann muss ich nur noch das rausfinden, dann hab ich's nämlich endlich. Die Frage ist nur, wo ist dafür der Schalter oder das, was auch immer da ist. Oder was man dafür auch immer braucht. Wo ist das? Also, wir probieren's nochmal von der Seite. Aber man müsste doch hier irgendwo langsam... Also, irgendwo muss man doch was erkennen, wo man was aktivieren muss. Ich seh's. Freunde, ich seh's. Guckt mal, was da unsichtbar ist. Boah, das ist aber schon scheiße fies, ey. Schaut mal, was da unsichtbar ist. Boah, ist das scheiße fies, Alter. Ich muss zugeben, das war schon hundsgemein. Dachte mir, das ist da oben irgendwo, aber hättest du da die Fähigkeit nicht gekauft, dass du dich... Oh, das ist unsichtbar. Das hättest du nie gefunden. Ist das dreist, wie gemein das gerade war. Und dann kommen wir endlich zu unserem Secret hier unten. Oh mein Gott, wie gemein. Ey, das war echt fies jetzt. Das muss ich schon zugeben. So, 87. Ja, wir sind gleich durch, Freunde. Dann ist das... Ist das dann... Naja, der finale Part wird's nicht sein, aber wahrscheinlich der vorletzte schon. Ich bedauere dich sehr, aber ich vermute, das wird schon der vorletzte sein. Je nachdem, wie anspruchsvoll das Finale natürlich wird. Das kommt immer drauf an. Bin ich richtig? Yep. Na, das weiß man ja nie so genau. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich muss noch richtig viele Gegner töten, damit ich überhaupt alles skillen kann. Weil nur von den Fertigkeitspunkten machen wir mal. Was fehlt mir denn noch? Mir fehlen zwei Energiezellen, eine Lebenszelle. Ja, und den Rest kann man ja so gar nicht beurteilen eigentlich. Guck mal, die halten hier wenigstens noch mal ein bisschen was aus. Die Gegner hat's. Aua. So, hier geht's für mich nicht lang, oder? Es sieht so ein bisschen aus, als könnte was sein, aber wird wohl nix sein. Nein. Gut. Dann werden wir da rüber gehen. Ach Gott, das sind wieder die Kollegen hier. Und die sind so gemein, dass ich hier auf jeden Fall speichere. Und wieder drüben einen Punkt reinsetze. Nämlich der Ultrastampfer. So, wir brauchen noch genau acht Level. Um auch hier alles rauszuholen. Acht Level. Ja, so viele von diesen Fähigkeits... Guckt mal. Oh, ich wollte gerade sagen, das tötet mich jetzt nicht mehr instant. Aber gut. Ähm, ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das klappt auf jeden Fall nicht, ohne dass du noch richtig viel levelst. Und das wohlgemerkt mit Gegner töten. Schaut mal, das macht mir fast überhaupt gar keinen Schaden mehr. Nur noch die töten mich instant hier. abgefahren. So. Da musste ich hier mich sofort bewegen, ne? So, alles klar. Energie nehmen wir mit, wenn auch gar nicht nötig. Der Ultrastampfer. Hallo? What the fuck? Wir haben den Ultrastampfer und können das nicht kaputt machen? Verarschen? Kann es sein, dass wir da schon mal Probleme mit hatten? Dass wir da irgendwie gar nicht lang gekommen sind? Aha. Ja, weil hier ist ja schon Ende Gelände. Das ist ja Quatsch. Das ist schon geil, dass man das überlebt, muss ich sagen. So, hier oben kamen wir ja beim ersten Mal auch nicht hin. So weit, so gut. Das ist um, äh, Spiele da. Ah! Okay, wir müssen den runterschubsen hier und da. Und dann macht's. Boom! Alles klar. So, damit wissen wir das auch. Schieß mal, Kollege. Dann sind wir hier oben. Dann hätten wir den auch. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie chillig da rüber kommen. Das sollte gar kein Problem sein. Die machen hier ein bisschen Druck, aber dann ist das meine letzte Energiezelle, oder? Nein, das ist die vorletzte. Wo ist die letzte? Die kommt wahrscheinlich dann im Hohlhain, oder? Kann ich mir vorstellen. So, nachdem da unten das jetzt geplatzt ist, geht's für mich jetzt einfach nur noch darunter. Na, den haben wir direkt schön verarscht. So, dann muss ich jetzt irgendwie hoch. Easy going. Fähigkeitenzelle. Jo, habe ich den direkt zerstört. Nice. Darf ich da runter? Nein, da darf ich gar nicht runter. Oh mein Gott. Das tötet mich tatsächlich. Ja, klar, ne? Lava. Ich meine, wir halten jetzt viel aus, aber unsterblich sind wir ja dann doch nicht. Na gut, dann muss ich wohl oder übel das nochmal machen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Boah, dieser Ultra-Stampfer macht der mittlerweile hat einen Radius an Schaden mittlerweile. Das ist doch schon ein bisschen sick. So, machen wir hier mal jetzt ja nochmal sicher. Schau mal, nur durch den Stampfer tötet ich den über nice, Mann. Okay, ich muss hier auf jeden Fall so irgendwie rüber. Lässig. So, dann haben wir die auch. Noch ein Level up haben wir auch direkt dann hier. Jetzt sind wir bei 100% Hohlein. Oh shit, Leute. Wir haben alles 100% bis auf motherfucking Elendstrain. Hätte ich das gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich hätte es ja easygoing, hätte ich da die 100 gemacht, ey. Ich dachte, man könnte das chillig dann noch nachholen, ey. Boah, fuckt mich das ab, ey. Das habe ich so sehr nicht verdient, ey. Zeig mal, Ultra-Stampfer. Ach, das ist so einer, der mir nicht töten kann. Da war was. Ach, kotzt mich das an. So, Schnellflamme. Bam, 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 bam. Wir sind dann durch. Ach, ist das ärgerlich. Wir haben 89%. Finsternis führte sie an diesen verlassenen Ort. An den Toren des Horu-Bergs wurde eine schwierige Entscheidung getroffen. Ja, ich sag's euch, wie es ist, ne? Das ist der eine Prozent, der mir fehlt. Das ist ein Prozent. Zehn Prozent wird der Horu-Berg sein und ich werde das Spiel mit 99% beenden. Boah, fuckt mich das ab, Alter. Steam Achievements hat doch bestimmt, ich guck mal ganz kurz nach, hat doch bestimmt eins, 100% beenden, oder? Betritt den Horu-Berg noch, schüre die Flammen, heißt noch eins, die geliebte Bande. Spiele das Spiel durch, besiege fünf Feinde mit einem Supersprung, finde alle Geheimnisse. Ich hab 28 von 42. Willst du mich verarschen? So wenig? Stelle alle Kartensteine wieder her? Auch da fehlen mir voll viele, oder nicht? Ich hab da zwei von, äh, sechs von acht. Wo, wo ist da noch einer? Wo fehlt da einer? Keine Ahnung. Finde den verlorenen Pfad im Nebelforst. Gutes Auge, hab ich auch nicht. Besuche 100% der Karte, hab ich auch nicht. Sammle 200 Energiespilte ein, gut, da hab ich 187 von 200. Äh, sammle alle Energiezellen, ja gut, das kommt noch. Jongliere fünfmal mit einem Fels, ohne dass er zu Boden fällt. Na, ich glaub, ich weiß, was er damit meint. Sammle mal einen Rambock mit einem Quetscher. Ach, du Scheiße. Und spiele das Spiel in weniger als drei Stunden durch. Hahaha. Ja gut. Achievements ist dann, wenn, macht man das noch in meinem zweiten Anlauf. Jetzt zählt für uns eigentlich nur noch eins. Durchspielen. Setzen wir den Fragment das Fragment ein. Niebels Quelle der Wärme. All ihr Glanz ist verbrannt. Uri, wenn wir diesen Ort betreten, kehren wir vielleicht nie mehr zurück. Hier die Message, ob du das wirklich machen willst. Ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, was mir dann noch fehlt. Äh, Dornsumpf, Mondgrotte, Hohlheim-Waldsenke, Tal des Windes, Elendsgrünmeier. Ich hab doch eigentlich alles. Ist das traurig, dass ich trotzdem nicht die komplette Karte aufgedeckt hab? Das schockiert mich. Nebelforst. Ja, guck mal, was hier ist. Arschlecken-Nebelforst, 100%. Mir fehlt damit hier auch eine klare Energiezelle. Aber in den Nebelforst darf ich doch nochmal rein, oder nicht? Ja, ich glaub, es ist egal. Ich kann die 100% eh nicht holen, also. Es tut jetzt ein bisschen weh, aber ich müsste den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Das seh ich irgendwie ja dann auch nicht ein. Ja, das tut weh. Es tut sehr weh. Aber wir werden betreten ins Feuer der Horu-Berg. Ich hoffe, der Horu-Berg dauert nochmal eine halbe Stunde. Das Element der Wärme ist nahe, doch der Berg, so hab ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Ja, dann soll es so sein. Was ist der Horu-Berg? Ich denke mal, hier werden wir schon auch noch eine Menge finden. Okay, hier sterbe ich, wenn ich... What the fuck? Wie soll ich denn ins Feuer dürfen? What the hell? Okay. Vielleicht sollten wir erstmal den Weg gehen, der für uns vorgesehen ist. Der ist es nicht. Interessant. Wir brauchen auf jeden Fall den Kollegen hier oben. Okay, frage mich dann trotzdem, wie es da hochgeht. Vielleicht geht es hier auch gar nicht lang. Haben wir das schon in Betracht gezogen? Hier sterben wir auf jeden Fall. Wo geht es denn hier lang? Vielleicht darüber? Nein, auch nicht. Definitiv nicht. Also, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Ich kann die nicht als Projekt... Alter, Mann, mit Kiki Down schaden. Nicht, dass es mich noch groß interessiert, aber... Okay, wir müssen hier riesige Sätze machen. Heilige Scheiße ist hier Stress. Ich befürchte, dass der Horo Birk schon sehr schwer wird. Ja, leck mich doch. Ich kriege hier überall Schaden. Boah, ihr könnt mich mal. Was ist denn das hier für eine kranke Scheiße? Fuck, Alter. Also, ich darf hier nicht länger als eine gefühlte Sekunde stehen. Alter, what the hell? Chill doch mal. Ich kann hier nicht... Oh mein... Ja, what the fuck? Okay, das ist richtig übel. Boah, ihr könnt mich alle mal, ey. Boah, oh mein Gott, ich werde hier weinen, glaube ich. Ich glaube, ich werde hier weinen. Ganz offiziell werde ich hier weinen. Oh mein Gott, ich darf hier keine Fehler machen. Wo ist er hin? Okay, und er ist kaputt. Ja, ich muss mich umbringen. Ich brauche ihn leider. Ach, Kollege, komm, schieß doch mal. oh mein Gott, und Kartenfragment einsetzen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie groß ist er denn? Okay, wenn wir Glück haben, dauert das sogar noch eine ganze Stunde. Ach, du scheiße. Das wird übel, Freunde. Schaltet morgen wieder ein. Zum Halbfinale, könnte man sagen. Schaltet morgen wieder ein. Vielen Dank.